Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Anno 1800. So, wir wollen uns mal die Insel anschauen, die für alles verantwortlich ist. Für den Tod unteres Vaters. Für Vater. Wollen wir mal gucken. Ist das Ding hier schon? Oh, ne, sieht nicht so aus, oder? Doch. Oh, boah, ist das... Riesend Ding, oder? Auf die alte Dame ist Verlass. Kurs gesetzt. Willkommen bei der Bewegung. Die Bewegung braucht neue Helden. Vor diesem Geschenk des Himmels war ich sehr krank. Haltet sie auf Kurs! Wo ist denn... Die... Eigentlich die... Ähm... Zerstörte Insel. Die würde mich jetzt nochmal interessieren. Machen wir noch Fregatte. Was haben wir hier? Es ist schwer, an gute Schiffe zu kommen. Wir wenden uns nur an die, denen wir trauen. Ja, das ist ja klar, aber... Wo ist denn... Wo ist denn... Die Insel muss doch auch irgendwo sein, oder? Die... Wo das Ganze Zerstörte drauf ist. Ja... Wir untersuchen das gleich mal. Bitte. Wir nehmen jede Hilfe an. Geh. Ich vertraue dir. Was soll ich denn aufnehmen? Bei dir erscheint alles so einfach. Wo ist denn jetzt meine Insel? Die meisten sind Zivilisten, die sich... Die verfolgen die Diaspora. Sie strömen nach La Isla. Wir müssen sie schützen. Was gewähren sie Schutz für... 300? Die 300, die brauchen erstmal was zu... Äh... Schnapulieren. Wäre hier oben eigentlich geeignet. Hier. Hier. Auf schon malpast. Das war's für heute. 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 Die Menschen lassen sie hochleben. Spielstand gespeichert. 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Alles klar. Alles klar. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viel die verbrauchen, aber... Das war's für heute. 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 Ein Botenjunge hat einen Brich übergeben. Du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder brenne. Abkömmling von Samuel. Du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder brenne. Na gut, das hat er da eben gerade gesagt, oder? Ja. Äh, okay. Ne, ich bleibe, ich brenne lieber. Mal gucken. Ähm, bam, 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 bam. Schön, dich zu sehen, Onkel. Ja, da gucken wir mal, was, was so los ist jetzt hier. Zur Not haben wir erstmal, äh, eine Fregatte im Hafen, die uns beschützt. Ich kann sie kommen. Die Welt fühlt sich heute so lebendig an. Rumproduktion. Ja, brauchen wir Holz dafür. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Solange wie Holz ja im... Wenn das Baumaterial voll ist, dann ist das egal. Dann machen die Holzfäller ja dann allgemein immer Holz. Also von daher finde ich das jetzt nicht weiter schlimm. Oh, Frosch im Hals. Wie viele Felder hatten das Ding? Ich habe die Holzfäller und der Kohlfäller in der Kohlfäller. Ich habe die Holzfäller und der Kohlfäller. Ich habe die lauf, dass ich es verschwunden kann. Ich habe die Holzfäller. Das war's. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Die Flammen sind außer Kontrolle. Wow. Diese Brände können kaum auf das warme Klima zurückzuführen sein. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowatt. Das ist schön, aber für... Boah, hier brennt ja alles. Spielstand gespeichert. Neue Befehle, Admiral. Wir sind wie Bohnen in der Bratpfanne. Ja. Die Feuerwehr macht doch schon so schnell wie sie kann. Ja. 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 Wo ist mein Schiff? Ja. 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 Die Feuerwehr kämpft mit den Flammen. Ja. 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 Die Flammen, wie aus einem Albtraum. Was sagten Sie gleich, woher Sie kommen? Naja. Ah, das... Was ist denn hier los? Dann erheben sich die Flammen. Es ist Ihre Warnung. Du musst die Masken finden, die mit dem Teufel wandeln. Die Insel ging es dann im Endeffekt. Ich bin mein Leben lang ohne deine Makinas Infernalis ausgekommen. Das hört sich aber nicht sehr nett an. Die Holzproduktion, das ist nicht gerade das wahre. Also hier haben wir auf jeden Fall. Ähm... Dann nehmen wir das mal weg hier. Okay, da auch nicht hin. Ja, aber... Zeig mal her, was hast du denn? Paradies auf Erden... Da, 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 da... Gelddruckmaschine veröffentlichen. Keine Änderung? Wirklich keine? Ja. Keine Änderung? Nein. Spielstand gespeichert. Ja... Ja... Zwei Pferde haben wir da oben. Das könnte mir gegebenenfalls... Braucht 30, also 4. Okay, das passt da nicht hin. Ah, das ist... Komm, da basteln wir hier oben aber noch ein Feld hin. Ah! Mann, jetzt müsste ja auch Holz reinkommen, weil... Ähm... Oh, das ist schon. Bretter sind voll, nutzte keiner und ja. Bretter 8 von unten waren voller Warenausgang. Warenausgang, okay. Der Warenausgang ist hier auch voll. Hier auch. Rein theoretisch müssten die jetzt anfangen, das Holz nicht mehr hier hinzuliefern, sondern in Warenlager, oder? Ja. Da haben wir drei Rumfelder hier oben. Drei Rumbrennereien und Holz kriegen wir hier. Das Lager ist voll, Hefe. Ja, ich weiß, dass das Lager voll ist. Wie wär's denn, wenn ihr das langsam mal... Ah, da bringt's schon zum Markt. Alpaka. 30, 30, okay. Ähm, bei den Alpakas ist es aber wieder anders. Oh, wow, 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 wow. Die haben, glaube ich, mehr, ja, die haben ein Feld mehr. Da könnten wir aber hier noch Dings hin machen. Ja, es geht so ein bisschen schleppend voran, muss man ganz ehrlich mal sagen. Eine Alpaka-Farm wäre jetzt das nächste. Gut, aber das machen wir dann, wie sieht es denn jetzt hier aus mit Dings? Ja, also das geht schon mal nach oben. Alpaka-Farm. Gut, müssen wir mal schauen. Holz geht auch nach oben. Gut, ähm, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.